Ganz Westerfielde ist bei Claudio Eis verrückt. Die zwei Schwerbehindern kommen. Guten Tag, guten Tag, was wollen Sie von uns? Wir wollen einen Film, Filmstars machen. Das waren wir ja gestern schon. Ja, heute schon wieder. Das läuft von der Herde hier. Kaffee Latte. Das ist Kaffee Latte. Das ist kein Bier. Ja. Ich mach mal hin. Okay. Ja. 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 Beste Eis hier, oder? Beste Eis, oder? Engelblau. 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 Und welches Eis essen Sie gerne hier? Ja. Wir essen meistens... Das war's. Und schönen Erdbeerbecher. Ja. Wunderbar. Ohne Sahne? Das ist doch das Beste, die Sahne auch. Warte, jetzt noch die Spaghetti. Jetzt kommt die Spaghetti. Das ist eine Erfelsauce. Das sieht aber super aus. Ja, ganz frische Erdbeeren, frische Erdbeeren-Sauce. Sahne-Richt. Frische Erdbeeren. Reicht leider. Sehr schön. Ganz Westerfühle ist bei Claudio Eis verrückt. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie viele Jahre gehen Sie schon bei Claudio Eis essen? Oh. Ich fühle schon ein bisschen. Seit vier, fünf Jahren. Seit vier, fünf Jahren? Ich habe es genannt Biller, okay? Als Westerfühle. Mach's gut. Jetzt kann man. Nice. Cookies. Cookies ist auch eben, oder was? Wo ist denn Cookies? Cookies. Cookies. Ah, Cookies. 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 Hey! 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 Spaghetti-Eis. 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 Sehr wichtig. Wo haben sie unter Kassel? So sieht schon eine Erdseppich. Mhm. Wappe. Ah. Der beste Erdbebecher Nordmunds. Bis da ist. Bis da ist. Bis der Erdbecher Nordmunds. Wollen Sie Reklame machen dafür? Wollen Sie Reklame machen? Für wen? Ja. Ah. Der beste Erdbecher Nordmunds. Bis der Eis. Bis der Eis. Bis der Eis. Bis der Erdbecher Nordmunds. Ein schöner Film. Über das Eiscafé Claudio. Ja. Wir sehen uns vielleicht das Internet aus dem ganzen Leben. Ja. Das Internet. Das ist der beste Eis. Ein schöner Film. Beste Erdbecher. Beste Eis. Beste Eis. Kaffeelatte Kaffeelatte und Dortmunder Milch Beste von Dortmunder Kühlen Beste Eis Beste Eis Beste Eis Beste Eis Von glücklichen Dortmunder Kühlen Beste Eis Kaffeelatte Sie sehen aus Ganz Westerfeld ist bei Claudio Eis verrückt Wie, seit wann trinkst du Bier? Das ist Papi Latte, das ist eine Bier.